Und wir möchten ihm alle danken. Auf drei. Eins, zwei, drei, danke. Danke, danke. Dann startest du einfach das Spiel neu. Gehst du wieder auf Rocher, alles cool. Also ich box den gar nicht, der soll mal offen hier. Ey, wer hat denn schon den LKW da umgepackt? Ich nicht. Oh, da fliegt es. Nein, nicht der Humphi. Warum? Ich habe doch nur den LKW umgestellt. Kaputt gemacht. Ich habe nichts getan, Alter. Kein, es ist ziemlich dunkel hier. Mach doch das Mist an. Ja, Mann. Ziehen Sie den Kopf aus dem Arsch, dann wird es wieder helle. Ich auf jeden Fall. Ich kann fast nichts mehr sehen. Okay, gehen Sie mal ein Stück zurück. Noch jemand? Nein, nein. Okay, ich versuche nochmal zu funken. Lieutenant Colonel Barnes an Camp Turner. Sofort Verstärkung. Und das ist scheiße. Okay. Das wird nichts. Wir gehen jetzt langsam zurück zu den Fahrzeugen. Alle miteinander. Spencer, Sie übernehmen mit Private Gustavs die Führung. Woods, Sie bleiben hinter mir. Und Henry, kommen Sie, verdammte Scheiße. Fassen Sie die Viecher nicht an. Hier gehen wir raus, Osten. Verdammte Scheiße. Was ist mit Gustavs los? Ganz vorsichtig. Sanitäter, gehen Sie ran. Schauen Sie, was los mit ihm ist. Das klingt ja auch. Scheiße. Fett dann nochmal. Hat noch jemand solche Symptome? Negativ. Officer Rünerbein. Sehr erfreut. Dann machen Sie mal den Mund auf eben. Geht mal in die Hocke, bitte. Ich sehe kaum was. Hallo, wir müssen schon gleich mal wieder. Rünerbein ist auf jeden Fall. Also durchlauftig mit dem Bauarbeiter. Hey, bleib weg von mir. Da muss ich gar nicht. Ich hab mich da nicht einmischen. Ich hab mich da nicht einmischen. Vor uns, vor uns, vor uns. Direkt vor uns. Da kommt ein Pupf hoch. Oh Gott. Laufen Sie. Besser wie nicht spielen. Wie viel Helfer das nicht spielen. Doktor, was tun Sie da? Ich hab's geholfen. Ich hab's geholfen. Doktor, bitte. So. Meine Herren. Ich habe bereits gehört, einige von Ihnen sind nicht studiert. Deswegen zeige ich Ihnen heute, was ein Menschenversuch ist. Dieser nette Mann hat sich freiwillig gemeldet, um der Wissenschaft zu dienen. Und wir möchten ihm alle danken. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Danke. Schreit mir nun also fort. Ich injenziere ihm nun das Serum. Ah, daneben. Ah, verdammt. Halten Sie sich bereit. Zwei. Drei. Halten Sie kommen am Meter zurück. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Doktor, ich fühl mich nicht so gut. Drei. Zehn. Vierzehn. Ja, ja, das muss so. Siebzehn. Achtzehn. Warum zehn Sie, Doktor? Einundzwanzig. Doktor, bitte. Drei. Äh, Doktor. Sechundzwanzig. Siebenzwanzig. Achtundzwanzig. Neunundzwanzig. Dreißig. Oh, verdammt. Neunundzwanzig. Jawohl, feuerfrei. Sehr gut, meine Herren. Kommen wir nun zur Auswertung des Experiments. Wie Sie sehen. Die jüdische Verfärbung der Haut und das übliche Abplatzen des Kopfes. Und das hat ungefähr 32 Sekunden gedauert, bis dieser Mann zu einem dieser Monster wurde. Eindruckend. Was schließen wir daraus? Bei Meckes hätte er sich nicht anstellen können. Richtig. Was schließen wir noch daraus? Wir sind am Arsch. Lassen Sie sich nicht infizieren. Und dann danke ich Ihnen heute für Ihre Aufmerksamkeit während dieser Vorlesung und wünsche Ihnen einen schönen Semesterübergang und eine vorlesungsfreie Zeit. Und Herr, dass wir Ini für Ihren Vielen Dank.